Matthias Reim, Grund für die Auszeit? Sein Sohn Bastian, 35, starb vor zwei Jahren. Im Jahr 2022 litt Matthias Reim an Burnout. Doch er musste noch eine weitere Angelegenheit verkraften. Sein Sohn Bastian starb. Matthias Reim, vor zwei Jahren starb sein Sohn Bastian. Seine Fans waren entsetzt. Mitte Mai verkündete Matthias Reim, 66, dass er eine Auszeit brauche. Die Tournee 2024 wolle er noch durchziehen. Danach, Pause, ein Rückzug ins Schweigen. Was hat den Schlager starb bewogen, die Notbremse zu ziehen? Bereits 2022 klagte er über einen Burnout. Jüngst musste er wieder Konzerte absagen. Der Grund war eine Atemwegserkrankung. Doch es scheint, dass die Ursachen der Malestie verliegen. Wie die Freizeit Revue berichtet, erlitt der Schlagerstar 2022 einen schweren Verlust. In diesem Jahr starb sein Sohn Bastian mit 35 Jahren. Der junge Mann kam mit schweren physischen und geistigen Beeinträchtigungen auf die Welt. Seine Mutter Miriam, 64, war Reims erste Frau. Als sich der Sänger von ihr trennte, überließ er ihr das gemeinsame Haus. Damit Bastian ein Nest hatte, in dem er möglichst sorglos aufwachsen konnte. Reim zog sich zurück, weil seine Besucher angeblich Verwirrung stifteten. Als sein Sohn 2022 starb, war er am Boden zerstört. Matthias Reim, für Christin ist es auch schwer. Damals erlitt der Musiker einen Burnout. Und die Krise scheint nicht ausgestanden zu sein. Denn Reim fällt es schwer, die widersprüchlichen Gefühle und Verpflichtungen zusammenzubringen. Immerhin ist er heute mit Christin Stark, 34, verheiratet. Das Paar hat eine kleine Tochter namens Zoe, die 2022 geboren wurde. Die Situation ist auch für Christin nicht einfach. Sie muss sich um ein Kleinkind kümmern, und zugleich um ihren Mann, der seelischen Beistand braucht. Vielleicht fragt sich Matthias Reim, was bleibt von meinem Sohn? Vielleicht nur die Dankesanzeige, auf der sein Name steht. Dazu die kargen Lebensdaten, von 1987 bis 2022. Doch Bastians Name steht auch in Reims Herz geschrieben. Und da wird er für immer bleiben.